Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mit Adopt-Me-Out. Ja Leute, heute werden wir mal 20 von den neuen Albatross-Dingern kaufen, öffnen, werfen und ganz, ganz viele Vögel bekommen. Zum Beispiel einen diamantenen Albatross, Leute. Ja, heute werden wir davon 20 Stück öffnen, Leute. Dafür navigieren wir auch direkt mal zu dem neuen Iglo-Shop, Leute, der ja gerade aktuell im Spiel drin ist. Weil es gerade schneit, Leute. Ja, wir haben Sommer und es schneit in Adopt-Me. Das ist doch super, Leute. Das ist doch super. Heute werden wir, wie gesagt, 20 Stück davon öffnen für 4.000 Roblox. Ich habe im letzten Video gesagt, bei 1.000 Likes mache ich das. Ich habe das Video noch gar nicht hochgeladen, also weiß ich gar nicht, wie viele Likes das Video hat. Aber ich mache es einfach trotzdem, Leute, weil ihr seid sowieso die Besten. Lasst auf jeden Fall trotzdem gerne einen Daumen nach oben da auf diesem Video da. Falls ihr mich noch stützen möchtest und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf keinen weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Gehen wir mal hier direkt ins Igloo rein, Leute. Gehen wir direkt mal hier ins Igloo rein. Und heute werden wir, wie gesagt, 20 Stück von diesen Dingern kaufen und öffnen. Und mal schauen, ob wir vielleicht noch einen weiteren oder vielleicht mehr als einen weiteren Diamond Albatros bekommen werden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, Leute. Wie gesagt, hier diese Golden Clam werden wir kaufen. Und wir machen das direkt auch mal, Leute. Wir machen das direkt mal. Falls du dir jetzt Robux oder Roblox Premium kaufst und mich kostenlos unterstützen willst, dann benutze da gerne Starcode Jojo beim Kaufen. Das ist komplett umsonst. Wie gesagt, musst du, aber ich glaube, jede 14 Tage oder so nochmal neu antragen. Und wir haben einen normalen bekommen. Okay, Leute. Also, der normale hat 60 Prozent der Golden hat 37,5 Prozent und der Diamanten hat 2,5 Prozent. Das heißt, einer in 25. Ja, Leute. Einer in 25. Und wir haben gestern beim zweiten Versuch einen bekommen. Das war richtig, richtig krass. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, check das doch gerne ab. Findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier oben rechts bei mir und auch meinem Kanal. Und ja, Leute. Wie findet ihr das Update? Schreibt es gerne in die Kommentare. Welchen Albatros fehlt dir am coolsten? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, kaufen wir uns den nächsten, Leute. Kaufen wir uns den nächsten. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Und weiter geht's nach dem Intro. Ja, Leute. Werfen wir doch direkt mal wieder. Und was ist eigentlich, wenn wir das da runterwerfen? Das versuchen wir auch gleich mal, Leute. Und was bekommen wir raus? Schon wieder normal. Okay, Leute. Irgendwie war gestern das Glück mehr auf unserer Seite als heute. Aber, Leute. Machen wir weiter mit dem dritten. Machen wir weiter mit dem dritten. Und, Leute. Werfen wir das einfach mal direkt hier nach unten. Okay. Die fliegen alle nach unten, Leute. Die fliegen alle immer dem Ding dahinter her. Und noch einen normalen, bitte. Was? Gestern haben wir beim vierten Versuch erst einen normalen gezogen. Heute haben wir schon drei geöffnet. Und einfach drei normale gezogen. Alles klar, Leute. Alles klar. Sehr, sehr interessant. Eventuell schaffen wir auf diesem Video nochmal die tausend Likes, Leute. Das wäre natürlich mega, mega nice. Und würde mich sehr freuen. Das heißt, wie gesagt, ein Daumen nach oben da. Und... Hä? Leute, was ist denn heute mit meinem Glück los? Ich kriege ja nicht mal einen goldenen. Ich kriege die ganze Zeit nur normalen. Was ist das denn? Ich habe ja schon aufgehört zu zählen. Ich glaube, das ist jetzt der fünfte, glaube ich. Ja, das ist jetzt der fünfte, Leute. Und wir haben jetzt fünf normale bekommen. Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ah! Ein Goldener, Leute. Das hier. Das war jetzt... War das jetzt... Das war jetzt der fünfte. Doch, ja, Leute. Das war jetzt der fünfte. Okay. So, dann machen wir jetzt den sechsten auf. Immerhin haben wir einen goldenen bekommen. Obwohl der goldenen ja gar nicht so selten ist, Leute. Wenn ihr mal wollt, dass ich mal ein Video mache über die Strategie, die Adobe hier anwendet. Und dadurch, dass das quasi eine Geldmacherei-Strategie ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann könnt ihr es machen. Und... Oh! Noch einen goldenen. Nice, Leute. Ich will mindestens einen Diamant nennen. Wäre schon cool, Leute. Ein Diamantner wäre schon mega, mega fresh, wenn wir einen bekommen könnten. Und, Leute, das siebte, das siebte, das siebte. Und wer bekommt schon Diamant, 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 Diamant? Und, äh, normaler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Leute. Okay. Der achte golden Schlam. Kläm. Wham. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr emotionales, bloßes Gesicht. Oh, Leute, wir öffnen den achten. Und... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein goldenen wieder. Okay, Leute, es ist okay. Der goldene... Ich meine, der goldene sieht cool aus. Der goldene sieht cool aus, Leute. Aber der Diamant ist natürlich der seltenste und der beste und der coolste. Und, äh, ja, Leute, den will ich auf jeden Fall haben. Und, yo, wir haben es direkt neben mich geworfen. Komm schon, Diamant, Diamant. Komm, wir tanzen hier drauf, Leute. Wir tanzen hier drauf. Und, äh, es ist der normale. Mann, es ist der normale. Es ist, glaube ich, jetzt der Zehnte, Leute. Ich hab die ganze Zeit vergessen, mir zu zählen. Okay, äh, warte mal. Wir haben jetzt hier sieben und wir haben jetzt hier zwei. Ja, das ist jetzt der Zehnte, Leute. Das ist, äh, wir sagen aber, das ist jetzt der Zehnte. So, und... Hä? Wir bekommen die ganze Zeit normale, Leute. Was ist das denn? Und jetzt haben wir schon die Hälfte geöffnet. Was soll denn das werden, Leute? Was soll denn das werden, Leute? Ich geb hier Robux ohne Ende aus. Und komm schon, bitte, Diamant, 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 Diamant. Äh, ein Goldener. Okay, Leute, immerhin der Goldene. Aber, Leute, gestern waren wir richtig, richtig, richtig lucky, dass wir einfach den Diamanten gezogen haben. Ich glaube, ich weiß noch, warum ich gerade keinen Diamanten ziehe. Ich nehm das Video hier gerade am Freitag, dem 13. auf, Leute. Ja, genau, Leute. Heute lade ich es zwar noch nicht hoch. Also, heute kommt das Video nicht. Heute ist ja wahrscheinlich schon ein anderer Tag. Aber, Leute, ich nehm es gerade am Freitag, dem 13. auf. Und das heißt ja nichts Gutes, Leute. Wieso nehme ich das eigentlich heute auf und nicht morgen? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber, komm schon, komm schon, Diamant. Nein. So, Leute, das hier müsste jetzt der 13. Wurf am Freitag, dem 13. sein. Das hier gibt mir jetzt noch den Diamanten, oder? Diamant, Diamant, Diamant. Äh, ein normaler, Leute. Okay, wer hätte es auch erwartet, Leute. Der 14. Wurf, der 14. Wurf. Und boom, Leute. Let's, let's go. Und was kriegen wir raus, Leute? Was kriegen wir raus? Komm schon, komm schon, irgendwas cooles. Bitte, 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 bitte. Schon wieder ein normaler. Oh, okay, Leute, der 15. Ich hab wirklich, ich hab irgendwie nicht mitgezählt. Okay. So, 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 so. Oh, dann, wir werfen es nochmal nach unten. Eventuell haben wir Glück und es ist einfach nach da geflogen. Und wir bekommen jetzt den Diamanten. Ah, der Goldene. Okay, Leute, okay, okay. Okay, Nummer 16, Leute. Nummer 16. Mhm, mhm, mhm. Okay, okay, okay. Golden Clam. Komm schon. Diamant, Diamant, Diamant. Oh, der normale. Komm schon, okay, Leute. Drei Stück haben wir noch. Drei Stück noch. Das ist jetzt der 17. Dann gibt es noch den 18, 19. Ah, es sind sogar noch vier Stück, Leute. Okay, okay, okay. Werfen wir, werfen wir, werfen wir. Und komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Oh, mein Gott. Wieso immer den Diamanten, Leute? Wieso immer den Diamanten? Äh, den, ne, doch, bitte, bitte gib mir immer den Diamanten. Ich meine, wieso denn immer den normalen, Leute? Okay, okay, okay. So, bam. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, den Goldenen, Leute. Wie viele Goldenen haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt insgesamt acht Goldenen schon. Das heißt, wir können uns schon zwei Neon machen. Okay, okay, okay. Das ist sehr cool, Leute. Und wir können uns fast einen Mega-Neon normal machen. Und wir haben zwei Diamonds, weil wir haben ein Geschenk bekommen von Adopt Me. Okay, und einen haben wir gestern bekommen, Leute. Aber schade, dass wir heute so viele Robux ausgeben, aber keinen bekommen. Der Diamanten ist schon cool, Leute. Der ist schon cool. Der hat schon Style. Das muss ich schon sagen, Leute. Der sieht schon nice aus. Wie gesagt, schreib mir gerne deinen Lieblings-Albatros in die Kommentare. Und, Leute, zwei Stück kaufen wir uns hier noch, Leute. Und komm schon, bitte. Diamant, Diamant. Okay, Leute. Wir beschweren jetzt den Diamanten auf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, okay, Leute. Letzter. Letzter Golden Clam. Okay, Leute. Jetzt muss doch der Diamante kommen. Wir haben jetzt 20 Stück insgesamt geöffnet. Das ist einer in 25, Leute. Äh, come on, come on, come on. Diamant, 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 Diamant. Goldener. Okay, Leute, komm, wisst ihr was? Wir öffnen noch einen. Wir öffnen noch einen Bonuspunkt, Leute. Bonus für euch, weil ihr die beste Zeit und alle auf den Daumen nach oben gedrückt habt. Okay, Leute. Okay, wir öffnen das. Komm, wir öffnen das jetzt einfach hier hin. Ah, kann nicht. Okay, äh, hier runter. Bam. Let's go. Flieg und Sieg. Ah, nee, okay, okay, okay. Jetzt hier da vielleicht hin. Okay, Leute. Jetzt, Diamant. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Ähm, ja, ja, ja. Es hat sich sowas von gelohnt. Oh mein Gott. Ja, Leute. Den Diamanten in Albatros in unserem extra happy, happy. Naja, ist nicht happy, Leute. Wie heißt das Ding nochmal? Golden Clam. Oh mein Gott, Leute. Leute, einfach den Diamanten in Albatros. Und jetzt fehlt mir nur noch einer, um eine Neon zu machen. Also, falls du noch ein Video sehen willst, wie ich zum Beispiel von den Dingern hier 50 öffne, lass auf jeden Fall einen Daumen oben da und abonniere den Kanal und aktivieren. Und das kannst du nicht so verpassen. Wie gesagt, falls du dir Roblox oder Roblox Premium Chaos benutzt, auch gerne Starcode Jojo. Leute, wir hatten nochmal richtig Glück. Wir haben einfach neun goldene, 14 normale und drei Diamanten, Leute. Diamant 2,5 Prozent. Wir hatten gerade nochmal richtig reingelackt. Das ist nochmal mega, mega, mega cool. Und damit würde ich mich für's Zusehen bedanken. Und dann würde ich sagen, hau dir rein und ciao. Äh, Leute.